Wir reden über Energie, wir reden über das, was Energie in Zukunft vielleicht sein wird. Wir reden aber vor allem über das, was jetzt die Energiekrise macht mit den Unternehmen, mit den Verbrauchern. Und dazu habe ich zwei Männer in der Studio gebeten, die beides besser beantworten können als viele andere. Ich freue mich sehr, dass der Chef des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung bei uns ist, Marcel Fratscher, und der Wirtschaftsjournalist und wahrscheinlich einer der bekanntesten Verbraucherschutzexperten, Hermann-Josef Tenhagen. Schön, dass Sie da sind. Herzlich willkommen. Bevor wir in die Details der Gaspreisbremse und so weiter gehen, würde ich gerne mal von Ihnen wissen, wo wir eigentlich stehen und zeige Ihnen, wie der Finanzminister die Lage beschrieben hat, nämlich mit sehr drastischen Worten. Man kann es nicht anders sagen, wir befinden uns in einem Energiekrieg um Wohlstand und Freiheit. Ein Energiekrieg, Herr Tenhagen. Wie schwierig, wie teuer wird das für den Verbraucher in diesem Winter? Das wird schwierig und es wird teuer. Und genau wie teuer, wissen wir noch nicht. Der einzelne Verbraucher kann im Augenblick ja nur das tun, dass er Energie spart. Und er kann auf seine Rechnung gucken, die er jetzt kriegt, eine erhöhte Rechnung. Und dann kann er jetzt zur Zeit sagen, ich gehe zu meinem Grundversorger, da wird es nicht ganz so teuer, da kostet es nur doppelt so viel wie letztes Jahr und nicht fünfmal so viel. Haben wir bei Finanzip sozusagen, wo finde ich den Grundversorger? Das kann man im Augenblick tun. Und ansonsten sparen und den Grundversorger wählen und dann muss man darauf setzen, dass die Politik mit ihrer Gaspreisbremse um die Ecke kommt und eine spezifische Lösung findet. Es gibt da mehrere Varianten, die kann man sich auch ganz schnell erzählen. Machen wir gleich. Aber Sie glauben, es wird auf jeden Fall teuer? Es wird teuer, natürlich. Das ist eine klare Botschaft für die Unternehmen auch. Und wie schwierig? Es wird für die Unternehmen aus zwei Gründen schwierig. Einmal die hohen Energiekosten. Wir haben in Deutschland sehr viele energieintensive Unternehmen, die sich in der Vergangenheit immer auf günstiges Gas aus Russland verlassen haben, das nicht mehr können, die im globalen Wettbewerb stehen und jetzt realisieren, sie haben viel höhere Kosten als die Wettbewerber in den USA oder Asien. Und das Problem für viele Unternehmen ist die fehlende Planbarkeit. Als Unternehmen muss ich ja wissen, investiere ich jetzt, was sind die Kosten im nächsten Jahr, in fünf Jahren, in zehn Jahren? Und das können Unternehmen im Augenblick nicht, da auch das, was die Bundesregierung macht, ja noch nicht bekannt ist, wie werden die Unternehmen entlastet. Aber 200 Milliarden Euro, die stehen als Doppelwumms schon mal da. Ich mag jetzt nicht sagen Wumms genug. Nein, wir wissen ja nicht, wie es ausgestaltet ist. Die Bundesregierung sagt, 200 Milliarden Euro im Schaufenster, ob wir das ganze Geld nutzen oder an Teilen nutzen, das wissen wir nicht, wie viel die Konsumentinnen und Konsumenten bekommen, wie viel die Unternehmen bekommen, welche Unternehmens bekommen. Das ist eben komplett offen. Und so ein Instrument, so eine Gaspreisbremse, ist eigentlich kein ideales Instrument. Das ist ein sehr, sehr grobes Instrument, wo sie viele Unternehmen, aber auch viele Menschen nicht ausreichend entlasten werden. Also es wird ganz viele Unternehmen geben, die, egal wie das ausgestaltet wird, am Ende sagen, das reicht für mich nicht. Ich habe hier ein riesiges Problem, kann ich das überhaupt an die höheren Preise, an meine Kunden, an die Verbraucherinnen und Verbraucher weitergeben? Die Antwort wird in vielen Fällen Nein sein. Und das ist das zweite Problem für die Unternehmen. Also es ist nicht nur die hohen Energiepreise, sondern es bricht die Wirtschaft ein. Weil die Menschen mehr Geld für Energie, für Nahrungsmittel ausgeben, haben sie weniger Geld für andere Dinge. Und das dehnt jetzt vor allem die Dienstleistungsbereiche, der Einzelhandel. Und Konsum wahrscheinlich auch, all das, was man sich leistet, wenn man es kann. Genau. Und das ist im Prinzip nochmal ein zweites Problem, dass im Prinzip auch die Umsätze wegbrechen und damit viele Unternehmen in Gefahr laufen, in die Pleite zu rutschen. Gut, wir wissen noch nicht genau, wie das aussieht. Herr Tenhagen, Sie wollten gerade erklären. Also ein Gaspreisbremse. Das heißt also, ein bestimmtes Kontingent wird subventioniert vom Staat. Es gibt drei, im Grunde gibt es drei Möglichkeiten. Entweder gehe ich hin und sage, jeder Haushalt, machen die Niederländer jetzt gerade, kriegt eine bestimmte Menge Gases zu einem günstigen Preis. Also nur noch doppelt so teuer wie letztes Jahr. Und alles das, was darüber hinaus ist, da muss man das drei- oder vier- oder fünffache zahlen. Oder man geht hin und sagt, man macht das pro Kopf. Und dann guckt man bei der Haushaltslösung, Single-Haushalte in der Großstadt profitieren, weil die sozusagen, die brauchen nicht viel, aber kriegen, haben ein großes Kontingent. Oder man macht es pro Kopf, dann profitieren eher Familien. Dann hat man, also die vier Personen kriegen jeder ein Kontingent. Und alles, was darüber hinaus ist, muss man wieder teuer, drei-, vier-, fünfmal bezahlen. Oder man macht es so mit 80 Prozent und sagt, 80 Prozent von dem, was du letztes Jahr gebraucht hast, bekommst du preiswert, also doppelt so teuer nur. Und den Rest bekommst du noch mal teurer. Und dann profitieren die mit dem Whirlpool eben auch, weil egal, wie viel Energie die gebraucht haben, 80 Prozent von dem, was sie letztes Jahr gebraucht haben, wird dieses Jahr relativ preiswert. Also wir hören, dass es auf diese Lösung hinausläuft, also quasi den Vorjahresverbrauch heranzuziehen. Sie beraten ja das Wirtschaftsministerium unter anderem. Würden Sie zu dieser Empfehlung gekommen sein? Ähm, ich würde, es ist ein notwendiges Übel oder es ist etwas, was, es gibt keine gute Lösung. Nichts zu tun wäre noch schlechter, aber genauso wie Sie es beschreiben, man wird den Menschen helfen müssen, wahrscheinlich im Vergleich zum Verbrauch, zum Vorjahr. Aber für die Unternehmen könnte ich mir vorstellen, der Vorjahresverbrauch, das wäre wiederum etwas, was da eine gute Größe sein könnte. Das muss es sein, weil wir ja sehr energieintensive Unternehmen haben, die ganz andere Bedürfnisse haben als Unternehmen, die wenig verbrauchen. Und da ist es eine gute Orientierungsgröße, aber auch eine Verdopplung der Gaspreise, der Strompreise ist natürlich eine riesige Belastung. Und viele Unternehmen müssen ja erst mal produzieren. Die können ja nicht sagen, ich verkaufe meine Produkte schon. Die müssen erst einmal produzieren können, das heißt vielen, vielen die Liquidität. Wir dürfen nicht vergessen, die Corona-Pandemie ist bei vielen noch nicht überwunden. Die Rücklagen wurden aufgebraucht. Und deshalb haben die Unternehmen im Augenblick riesige Schwierigkeiten. Das betrifft vor allem kleine und mittlere Unternehmen, die eben nicht so eine gute Rücklage haben. Das betrifft vor allem Unternehmen, die Schwierigkeiten haben, an Bankkredite zu kommen. Also die sagen, ich strecke das mal über die Zeit. Und eben viele in Branchen, wo es ganz schwierig ist, eben diese höheren Kosten letztlich auch an die Verbraucherinnen und Verbraucher weiterzugeben. Diese 200 Milliarden, Herr Tenhagen, die sind eigentlich gesamt für die Energien. Das heißt also, da ist der Gaspreis ein Teil davon. Und bis 2024. So 41 Millionen Haushalte in Deutschland heizen mit Gas. Das heißt, es ist schon sehr relevant. Aber es gibt natürlich auch andere, die machen sich Sorgen um den Strompreis. Ist das eigentlich ein genauso großes Problem wie der Gaspreis am Ende? Also ungefähr die Hälfte der Haushalte in Deutschland heizt mit Gas. Schlimmer, bei den Mietern sind es ungefähr zwei Drittel, die Gas oder Fernwärme haben. Und die Mieter können ja sozusagen, die können ihre Heizung nicht ausbauen und was anderes einbauen, weil die gehört ihnen nicht. Also da gibt es ein besonderes Problem. Die müssen das Problem lösen. So daneben haben die alle noch ein Stromproblem. Die Niederländer gerade haben gesagt, 40 Cent pro Kilowattstunde Strom ist der neue Deckel in Holland. In Österreich ist er sehr viel niedriger. Aber auch da gibt es natürlich, wenn du 800 Euro Stromrechnung bisher gehabt hast, dann kann das im nächsten Jahr 1200 sein. Da geht es nicht um 200 oder 300 Prozent, aber um 50 Prozent geht es häufig auch. Und das kommt ja dazu. Und dann haben die Leute womöglich auch noch einen Weg zur Arbeit, den sie mit dem Auto absolvieren. Und die 9-Euro-Tickets gibt es noch nicht wieder. Und da müssen sie auch mehr Geld ausgeben. So, jetzt haben Sie beide gesagt, dass das nicht optimal ist. Weder für den Verbraucher noch für den Unternehmer. Was wäre denn optimal? Eigentlich wäre das Ideale für Verbraucherinnen und Verbraucher, vor allem aber auch für Unternehmen, Direktzahlung. Das heißt also, ein Unternehmen ist notleidend, geht da hin und sagt, ich brauche jetzt Geld und dann gibt der Staat das Geld. Dann gibt der Staat das Geld. Klar braucht man da auch eine Größenordnung. Aber wir haben ja zwei Probleme. Das eine Problem sind die Preise. Das andere ist die Knappheit. Das dürfen wir auch nicht vergessen. Das kam eben in der Diskussion auch vor. Wir müssen in Deutschland massiv Gas einsparen, Energie generell. Und wir sind im Augenblick noch nicht auf dem Pfad, dass wir da hinkommen. Und das wäre im Prinzip der größte Schaden für alle, wenn wir eben an eine Knappheit kommen, manche Unternehmen nicht mehr produzieren können. Deshalb braucht man die richtige Kombination von Sicherheit, Absicherung, also Direktzahlung für Unternehmen, aber auch für Menschen, damit sie sagen, die Preise sind sehr hoch, aber ich kann das stemmen. Und jede Kilowattstunde, die ich einspare, rechnet sich für mich. Also wir brauchen stärkere Anreize. Die Realität ist aber auch, die Politik hat keine Instrumente, Direktzahlung umzusetzen. Sie kann es eben nicht so zielgenau machen. Auch nicht bei den Verbrauchern, da wird es noch komplizierter. Naja, da wird es noch komplizierter, weil man, also die kriegen das ja jetzt schon beim Wohngeld zum Teil nicht auf die Reihe, sozusagen das auszuzahlen. Wenn man sich jetzt vorstellt, dass statt 700.000 Haushalte, die Wohngeld bekommen, 7 Millionen zum Amt gehen und sagen, ich habe jetzt eine Notlage, eine spezifische, rechnet mir das bitte aus, was er mir gibt. Das funktioniert nicht. Also deswegen können die Leute im Augenblick bei sich zu Hause, können sie sparen, sie können gucken, dass sie den Anbieter angucken. Und dann muss man tatsächlich eine relativ pauschale Lösung finden. Wenn es klappen würde, das per Kopf zu machen, dann wäre das natürlich von der Verteilung her schöner, ob sich der Staat das zutraut. Wichtig ist in diesem Winter erstmal, dass das überhaupt auf die Reihe kriegt. Und wenn man im nächsten Jahr dann dahin kommt, weil es wird nicht vorbei sein mit dem Winter, dass wir das anders hinbekommen, dann wäre das schön. Und ansonsten können die Leute eben nur gucken, wie sie Energie gespart bekommen. So, und was ich jetzt bekomme, sehr viele, jedenfalls haben jetzt ja schon einen Brief in dem Briefkasten, da ist sozusagen die Gasumlage schon drauf gerechnet. Also in der Abschlagszahlung. Zwei Cent waren das, glaube ich, 2, irgendetwas. Und die ist aber jetzt quasi gar nicht gekommen. Was sollen die Leute mit diesem Brief machen? Sollen die jetzt sagen, okay... Die sollen mal abwarten, dass der Gasanbieter einen neuen Brief schickt. Soll ich den wegschmeißen, den Brief? Ich würde den nicht wegschmeißen, ich würde den erstmal zur Seite legen und mal gucken, was da kommt. Weil diese Umlage, die kommt ja jetzt nicht. Und die Umlage ist aber auch für viele Haushalte wirklich nicht das Problem. Das muss man mal so sagen. Wenn ich vorher 6 oder 7 Cent bezahlt habe und jetzt will der Anbieter von mir 22 Cent, ob das jetzt 20 Cent oder 22,5 Cent waren, macht für mich als Haushalt erstmal nicht, das macht mir nicht die Angst. Und außerdem kommt diese Umlage ja nicht. Aber die Mehrwertsteuersenkung kommt ja schon. Von daher haben die Leute in der Tendenz, werden sie weniger zahlen müssen, als sie auf dem Brief haben, den sie jetzt Anfang Oktober oder Ende September bekommen haben. Sie empfehlen auch, dass man sich jetzt noch mal den Zählerstand genau anschaut. Eigentlich seit dem 1. Oktober. Aber wenn ich es noch nicht gemacht habe, auch heute noch. Warum? Ja, einfach damit ich weiß, was habe ich gespart. Weil ich nämlich jetzt, wenn ich einen Brief jetzt bekomme, dann tut der Anbieter so, als ob ich im nächsten Jahr genauso viel verbrauche wie im letzten Jahr. Und macht deswegen einen Vorschlag für meinen Abschlag. Das ist ein Vorschlag. Wenn ich schon weiß, dass ich signifikant weniger Energie brauche, könnte ich auch sagen, nee, so viel Energie werde ich nicht brauchen. Ich werde 10, 15 Prozent, vielleicht 20 Prozent weniger brauchen. Und schreibe dem Anbieter, ich möchte gerne aber einen Abschlag zahlen, der niedriger ist, nämlich um diese 10 oder 15 Prozent. Wichtig, das muss ich dann auch einhalten. Also da muss ich auch gucken, dass ich im Winter tatsächlich das weniger brauche. Sonst habe ich damit Zitronen gehandelt. So, zum Grundversorgern wechseln, das haben Sie empfohlen. Der Grundversorger ist sozusagen der, der in der Region am meisten hat. Also in der Region derjenige ist, der den Strom oder das Gas, beides heißt Grundversorger, anbieten muss. Und da genau auf die Tarife achten, habe ich auch bei Ihnen gelerbt. Da gibt es unterschiedliche Tarife, da muss man sich genau damit auseinandersetzen. Also eigentlich muss der Anbieter mich in die Grundversorgung reinnehmen. Die Anbieter wollen einen aber nicht. Deswegen sagen die, naja, die sagen, die müssen das ja auch an der Strom- oder Gasbörse besorgen. Wissen Sie nicht so genau, wie es geht. Und sagen, wir packen nicht erst mal in die Ersatzversorgung. Und das ist dann so in Augsburg zum Beispiel, kostet die Ersatzversorgung 48 Cent pro Kilowattstunde Gas. Und der normale kostet ungefähr 15. Das heißt also, die versuchen mich abzuschrecken. Und das sollte ich nicht mitmachen. Ich sollte gucken, und darauf besteht, ich möchte gern in diese Grundversorgung rein. Und das geht auch. Und wie es geht, schreiben wir bei Finanztippen. So viel Werbeblock muss ich sagen. So viel Werbeblock muss ich sagen. Es ist wahnsinnig komplex. Einen Teil davon nehmen wir in unseren Faktencheck, damit Sie es auch bei uns nachlesen können. Finanzielle Hilfen kann man beantragen. Genau, das ist ganz, ganz wichtig. Für alle, die jetzt eine hohe Rechnung bekommen, die können so eine hohe Gas- oder Stromrechnung. Und damit kann man zum Amt gehen und Hartz IV, so heißt das ja dieses Jahr noch, beantragen für den einen Monat. Wichtig ist, man kann das nur in dem Monat machen, wo die Rechnung kommt und fällig ist. Also man kann jetzt nicht das liegen lassen und im nächsten Monat losziehen, sondern Sie müssen jetzt losgehen und können tatsächlich, weil Sie, wenn Sie 2000 Euro netto für die Familie haben und kriegen einen Nachschlag von 1300 Euro, den Sie bezahlen sollen, das geht ja nicht. Also gehen Sie jetzt damit zum Amt und sorgen dafür, dass Sie einen Großteil dieses Geldes vom Amt bekommen. Das müssen die bitte auch auf die Reihe kriegen, liebe Oberbürgermeister, das schafft ihr doch. Ich habe der Appell an der Stelle. Als ob wir nicht noch ein paar andere Probleme hätten, schlägt das natürlich voll auf die Inflation durch. Also Energiepreise sind der Inflationstreiber Nummer eins. 10 Prozent haben wir jetzt. Was rechnen Sie, Herr Fratscher? Und wir haben ja viele hier gehabt, die in den letzten Monaten immer gesagt haben, das ist ein vorübergehendes Phänomen, das wird gar nicht so schlimm. Zweistellig, da kommen wir nie hin. Womit rechnen Sie denn jetzt? Wir werden in diesem Jahr für das gesamte Jahr ungefähr 9 bis 10 Prozent Inflation haben. Das wird sich aber fortsetzen, denn ein Teil der höheren Energiepreise, die wir bezahlen müssen, die Importeure bezahlen müssen, sind ja noch nicht an die Konsumentinnen und Konsumenten weitergegeben worden. Und wenn wir über Inflation sprechen, reden wir ja über die Preissteigerung für Konsumentinnen und Konsumenten. Also wir rechnen noch mal mit einer Inflation um 8 oder 9 Prozent im kommenden Jahr. Und das bedeutet auch, die Lohnentwicklung ist ungefähr 4 bis 5 Prozent. Heißt, nicht nur dieses Jahr erfahren die Menschen mit ihren Löhneinkommen einen Realeinkommensverlust von 4, 5 Prozent, sondern nächstes Jahr noch mal die gleiche Zahl. Und das trifft eben Menschen besonders hart, wenn sie eben nächstes Jahr nochmals nicht nur für Energie mehr Geld ausgeben müssen, sondern es ja auch Nahrungsmittel ist, es ist der Transport. Es ist ja fast alles des täglichen Grundbedarfs. Und nochmals, wir erleben eine zu höchst unsoziale Inflation. Es muss uns bewusst sein, Menschen mit wenig Einkommen geben viel mehr für die Dinge aus, die jetzt teuer geworden sind. Prozentual von ihrem Einkommen. Und das heißt, die Menschen sind besonders hart getroffen. Es gibt den Mindestlohn ab dem 1. Oktober. Es gibt jetzt Tarifverhandlungen. Wie viel wird das auffangen können an diesen Reallohnverlusten, die Sie gerade beschrieben haben? Der Mindestlohn wird eine Menge auffangen können. Wir reden hier von letztes Jahr, hatten wir noch 9,60 Euro. Jetzt sind wir dabei. Jetzt gehen wir auf 12 Euro. Das heißt, es ist über 20 Prozent Steigerung. Das ist schon eine ganze Menge für die Betroffenen. Es sind sechs Millionen Menschen, die dort direkt betroffen sind und noch mal deutlich mehr, die indirekt betroffen sind. Aber wir werden ja nicht nächstes Jahr noch mal eine 20-prozentige Erhöhung beim Mindestlohn haben. Aber meine Sorge ist gar nicht so sehr, die Menschen, Sie haben eben über Wohngeld gesprochen, da ist eine relativ gute Absicherung, sollen zwei Millionen Menschen geschützt werden, die dann auch... Zwei Millionen Haushalte jetzt. Zwei Millionen Haushalte, die dann auch noch über Heizkostenzuschuss geschützt werden. Meine Sorge ist eher, die Menschen mit mittleren und geringen Einkommen, die eben keine sozialen Leistungen, keine Hilfen bekommen, die eben vielleicht mit 3.000 Euro brutto vier Personen Haushalt im Monat nach Hause gehen und die einfach nicht 400 bis 500 Euro mehr zahlen können. Und für die wird es nicht nur in diesem Jahr, sondern auch im nächsten Jahr noch mal sehr, sehr hart, weil eben die Inflation deutlich höher ist, als das, was an Löhnen zusätzlich dazu kommt. Und Sie haben gerade schon beschrieben, wenn die Menschen weniger Geld im Geldbeutel haben, machen sie vieles nicht, was sie sonst tun würden. Das heißt, das geht komplett wieder auf die Unternehmen. Rechnen Sie denn damit, dass wirklich ein Teil der Unternehmen und auch ein Teil der Wirtschaftskraft Deutschlands nachhaltig geschädigt wird? Das hängt auch von dem Entlastungspaket ab. Denn die Sorge ist, wenn viele Unternehmen pleite gehen, dann ist es ein permanenter Schaden. Die Unternehmen werden dann nicht in zwei Jahren wieder aufmachen und sagen, jetzt machen wir weiter, sondern die sind dann für immer weg. Und das sind auch häufig Unternehmen, das sind junge Unternehmen, das sind kleine Unternehmen, die hoch innovativ sind, eben noch nicht so die Rücklagen haben. Also der permanente Schaden ist da. Meine große Sorge ist, unser Wirtschaftsmodell in Deutschland beruht auf Offenheit, auf globalem Wettbewerb. Fast 45 Prozent unserer Wirtschaftsleistungen sind Exporte. Also ganz viele Unternehmen stehen im globalen Wettbewerb, haben sich in der Vergangenheit auf günstige Gaspreise verlassen, realisieren jetzt Unternehmen, Wettbewerber im Rest der Welt, haben viel niedrigere Energiekosten. Und das ist die große Sorge. Also hier muss letztlich, und das fehlt auch in den Entlastungspaketen, jetzt denken wir immer nur über die nächsten ein bis zwei Jahre. Aber die Unternehmen brauchen auch Unterstützung bei der Transformation. Also wie sie wegkommen von fossilen Energieträgern. Und das heißt, wir brauchen einen viel schnelleren Ausbau erneuerbarer Energien. Wir brauchen einen viel schnelleren Umstieg bei den Technologien, ob das jetzt beim Heizen ist, bei den privaten Haushalten, aber genauso bei den Unternehmen. Und das heißt, jetzt müssen Staat und Unternehmen massiv in diese Transformation investieren. Auch noch zu den 200 Milliarden als Wumms, Doppelwumms, Dreifachwumms, dann noch investieren. Absolut. Was ist Ihnen geholfen, wenn Sie die nächsten ein oder zwei Jahre überleben als Unternehmen? Und dann realisieren Sie ja, aber ich habe keine Chance, im globalen Wettbewerb zu bestehen. Wir könnten jetzt wahrscheinlich lange mit Ihnen auch über Atomkraft reden, aber das würde zu lange dauern. Was rechnen Sie denn, wenn Sie auf die Verbrauchersituation blicken und auf die Energiepreise jetzt erst mal, werden die in irgendeiner langen, mittelfristigen Zukunft wieder sinken? Also beim Strom wird man möglicherweise nicht so die Steigerung haben. Wir haben ja eigentlich genug Strom. Wenn wir genug Leitung hätten, wäre das alles nicht so ein Problem. Da kann man auch nach Bayern gucken. Haben wir ein paar Mal getan. Haben wir schon gemacht. Bayern ist ganz anderer Meinung. Genau. Also da ist das Leitungsproblem vor allen Dingen das Wichtige und wir brauchen natürlich jede Menge zusätzlich Erneuerbare. Beim Gas haben wir ein ganz anderes Problem. Russland fällt aus als Gaslieferant. Und nicht nur 2022, auch 2023, auch 2024. Und wir haben einen Riesenverbrauch gehabt und wir haben so Konzerne, die davon leben. Also Sie haben eben über die... Das prominenteste Beispiel ist immer BASF. BASF braucht genauso viel Gas wie die Schweiz für seine Produktion. Und die müssen halt auch umstellen. Und das ist der größte Player, der in Deutschland umstellen muss. Und ganz viele Unternehmen müssen das machen. Und das ist nicht so einfach und da ist auch nicht so viel unmittelbar da. Und das macht dann die Schwierigkeiten. Und wir als Menschen, die das Gas fürs Heizen brauchen, weil, wie gesagt, die Hälfte der Bevölkerung heizt mit Gas, wir werden in dem gleichen Preiswettbewerb um dieses Gas sein, in dem auch diese Unternehmen sind. Und da brauchen wir wahrscheinlich länger Hilfe. Und je schneller es geht mit dem Heizung umstellen, desto besser. Das ist das, was die Leute tun können. Wer kann umstellen und wer kann sparen, das ist das, was man selber tun kann. Und dann blicken wir darauf, wie es wird. Vielen herzlichen Dank. Vielen Dank, Marcel Schatzscher, für's Kommen. Vielen Dank, Hermann-Josef Zennhagen. Vielen Dank.